Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA zusammen mit Dalu, Anne, Hotter, Kapuze, Kundran, Maro, Nils, Payne, Alex und eine Katze öffnen. Hallo. 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 Rangnbull. Und Dalu ist sauer auf alle. Dalu ist halt beruflich, man. Nein, auf mich kann man nicht sauer sein. Das würde ich nicht so einleiten. Wenn du jetzt Aggressionen hast, dann geh ins Tierheim und schutz der Katzen. Aber lass mich ihm vor. Waaaaaah. Waaaaaah. Das macht man ja nicht. Das war halt die Diskriminierung, was man den Hunden hat. Dann kommt die Tierpolizei. Wer möchte ich jetzt wissen, ist das eine Polizei, die für Tiere handelt oder ist das eine Polizei aus Gorilla? Maro, lass mich doch an. Das ist Sand. Das ist wie bei... Nils. Nils, die kann man nicht fahren, das ist Sand. Das ist klar, ich springe. Wer nimmt die Rampe? Nein, nein, ich springe. Es ist echt keiner rübergefahren bei der Rückspiegel. Okay, alles klar. Aber der ist gerade dabei geschlittert. Ja, mich hat einer rausgesammt. Ja, Alex, du bist doch in den Weg gestanden. Was ist denn der Elchtest? Der ist eine umgiffte Kurve. Weißt du nicht Elchtest? Da ist doch Elchtest, oder? Das ist der Elchtest. Oder ist der Reh-Test? Ich kenne das nicht. Wo ist der Elchtest? Der ist alles kaputt beim Reh-Test. Der ist alles kaputt beim Reh-Test. Man springt echt hoch. Cool. Das ist hier nicht schwer. Ein leichtes Auto. Kapuze ist nur mit zwei Reifen drüber gefahren über die Rampe. Hast du es gesehen, Cora? Die darfst du keinen nicht lenken, Cora. Dann hast du sie einfach auslaufen lassen. Anne, schau mal, wie ich da fahre. Wollt ihr mal den Nils? Ja, mein gut. Boah, Alter. Von der Kurve ist jetzt schon mal... Warte. Warte. Bleib weg. Ja. Die nächste Buckelspur. Die Buckelspur. Die Buckelspur. Alle drehen sich in den Kurven. Genau, das Ende ist das Schwerste eigentlich. Die letzten paar Kurven. In den Grundrande nehme ich den Windschatten. Guck, wir sind auch nicht weit auseinander auf der Map. Wie ein Navi eigentlich sind? Ja, du kannst auch eigentlich nicht so wirklich schnell fahren. Ich schon, weil ich immer schnell fahre. Boah, Alter. Das ist wie der Bankjob, ey. Guck mal, gerade, gerade, gerade. Nimm doch die Rampe. Ich hab dich gerade gedreckt, hast du dir gedacht? Ich hab's probiert. Mhm. Ja, du hast es probiert, ja. Jetzt fahren wir alle so richtig schön und gleich, wenn die Ziege gerade kommt, Anne wird ausgelassen. Anne wird ausgelassen. Näääääääääää. Ausrollen lassen, Anne. Ja, genauso. Oh, ich bin mir da, Lu, ja. Sah gut aus, Alter. Und hier auch. Ausrollen lassen. Und dann kommt der. Ja, ja, wenn du nicht da wärst, würde ich auch noch schön fahren. Oh, negative Vibes. Ja, die Kurve ist richtig kacke. Hast du es hinterher, du ne, oder? Äh, was, dass du mich... Kaput dich bei uns. Alex. Alex. Ey, das ist aber mega geil irgendwie. Das ist so doof halt. Du kannst es ja verhindern. Ja, ich müsste gegendenken und dann hab ich mich gedreht. Geil. Derek. Rich, da musste nur halt suchenne Menschen auf dem Tempo vor. Alex. Klar, wie man bremst kommt man eigentlich echt gut und cool. Ja. Es NXT, wie die Sch Käfe, da und da geht der Wind noch so... Ahhhhh. Nein, habe ich nicht. Ja, ich habe meine auf einer Mauer am Laufen. Okay, jetzt kommt wieder die schwere Kurve. Das ist schon lustig, ich mag das. Anne, das bespaßt mich. Ja, das ist lustig. Soll ich lustig hinterschreiten? Ja, war lustig. Der Humor, der ist auf jeden Fall vorhanden. Du hast mich nicht festgehalten, ich bin umgekippt wegen dir. Also ich bin 8er, ja, wenn man 100 Leute mieten würden, wäre das gar nicht so schlecht. So denke ich mir das. Auch unter 8 Leuten ist das gar nicht so schlecht. Ich habe da die Verdrehstück mitgenommen, da ging nichts mehr. Anne, Regen jetzt bei euch schon? Hat es schon. Heute Nachmittag. Wird ganz arg gewesen. Bei uns wird es 8 Grad kalt in der Nacht. Ja, fast wie Sommer in Hamburg. So, also ich fand sie super. Also gestern war schon ziemlich heiß. Wie kriegt ein Like? Wie wusste die übrigens? Boah, spannend unter den Top 3. Dass die Jahre schon Popcorn gegessen haben damals. Guck dir mal die Statistik an. Ich denke, am Ende wird er jetzt ganz gut. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Danke für diese Info. Interessant, oder? Ja. Die war überhaupt nicht random. Aber interessant war sie. Monster Truck bitte einstellen. Und 6 Runden. Monster Truck und 6 Runden. Ein vielmehr lang. Doch. Der Monster Truck ist, glaube ich, Geländewagen. 6 Runden und Monster Truck. Ein vielmehr langer Runden kurz durch engen Gast. Haben wir das eingeschrieben so? Ja. Haben wir so reingeschrieben. Boah, den Insurgent! Der Marshal, ne? Der Marshal oder Liberty? Wer hat so den Marshal, oder? Ja, aber nimm den Marshal. Okay, nimm den Marshal. Das wird richtig heftig jetzt. Wo ist die deutsche Flacke? Fuck her. Ja, da, deutsche Flacke. Japan. Russne. Ich hab da in die Fotose. Loll, es gibt sogar Österreich. Das glaube ich nicht. Aber ich mag ja Kanadier. Ich bin nicht ganz klar in Österreich. Österreich. Das wird jetzt richtig Cancer, ne? Ich dachte nur Russle. Das wird richtig Cancel. Kann man da mit Warn ausfahren? Was hab ich? Wie würdest du das? Deine schwarz-weiß-rote? Nein, er hat mir Frankreich gegeben. Die Penner. Alle sind unsichtbar, jetzt schon. Was ist denn da für Shopland? Oh, das ist ohne Kollision. Ne, da wollen wir ja aufeinander stehen glaube ich. Ne. Müsste ohne sein. Boring. Ja, ist ohne. Da kannst du ja einen First-Person anziehen. Loll. Da siehst du genauso viel. Wir werden da gerade ausweichen. Ich fahr den anderen Weg. Um mehr Schwung zurückzukommen. Das war so geil. Ui. Okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Na. Wie hat sich das nochmal ausgedacht? Aber ohne Kollision. Wie hat sich das nochmal ausgedacht hier? Liegt das an dem Auto an den Rennen? Wir fahr jetzt das ausstellen können oder? Konnte man das ausstellen oder? Weiß nicht. Dadurch konnte man das ausstellen? Weil vorher konnte man das ausstellen oder? Das hat er ja mitbekommen. Ja. Früher konnte man die Strecke so fahren. Oh, what the hell? Ach du Scheiße. Das ist ja der große. Warte mal. Wie viele Runden fahren wir den Mist jetzt? Sechs. Hallo. Ja hier hinten geht es nicht weiter. Ich bin zu dick für die Straße. Man kennt es. Mit Aufzug verliert drauf. Ich kenne die, also wir haben die Strecke gefahren, aber nicht mit Monster Truck. Aber kann man das ausmachen? Genau. Nicht mit Monster Trucks. Normale Autos. Wir sind nicht mit Monster Truck. Man konnte rammen und da haben wir gesagt, das muss mit Monster Trucks ultra witzig sein. Ja, richtig geil. So witzig. Wir haben auf, das hat die Fynn Kapuze gesagt. Ich glaube, er hat das in Payne gesagt. So witzig wie das ist. Wer ist denn der Franzose da vorne? Ich schreibe nur das auf, was ihr sagt. Leider ich. Ich hab Deutschland oder Franzose angeklickt, hab dann nochmal geklickt. Also ich habe Spaß. Frag die Annelie auch. Du bist das Mario hier vorne? Ja, ja. Spaß. Ne, also jetzt auch Franzosen. Oh Gott. Ne, Hotter ist das doch hier. Hase. Da, Luca. Die ist scheiße. Der Sprung hier. Oh Gott. Ja. Da darfst du kein Gas haben. Du kleine Krab. Okay. Verdammt. Wow ey. Super lame. Ich fahr völlig rein. Ich fahr völlig rein. Der wird ja schön wie die Flagge durchdreht. Ja. Da bin ich sehr stolz. Man hört immer auf zu springen, du dämlicher Monster truck. Du dämlicher Monster truck, ey. Dämlicher. Wenn ich dich auch nicht. Boah, es wird anstrengend. Holy fuck. Jetzt parkt da einer vor der Lücke. Genau. Die Österreicher. Halt drüber das Monster truck. Ne. Kannst du eigentlich das Auto reinschieben, die anderen? Nein. 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 Das geht nicht. Kapuze. Guck mal nach hinten. Hallo. Ah. Du hast hier rein müssen. Wer ist da zu weit gefahren? Ich hasse das Auto. Hör da. 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 Hör. Hör da. Hör da. Ich glaube, das wäre lustig gewesen. Das wäre halt wie die Brücke. Ich glaube, um diese Rheibung wäre das nicht lustig gewesen. Ich glaube, das ist ohne Kollision schon besser. Also wenn schon mit. Machbar. Aber es ist doch lustig. Alle stecken mal lösen. Wo ich setze. Dann wieder das Gewinchen nicht. Nein. Bei der Funktionalität. Unser zurückhaltensetzen. Das Problem ist, dass... das... ... das Rennen ist zu salzig. Glaub ich dann, wird zu salzig. Ach hallo. Kündrann. Bist du zweiter? Bist du... Ich bin keine Runde hinten. Wer ist denn das hier? Aufgebockt. Wir haben jetzt Items. Ja, ich haben Items auch. Jetzt. Bäm. Die ist scheiße, die Strecke hier. Ich erinnere mich noch, wie lustig die mit den anderen Augen waren. Die haben den anderen echt gut. Weil die Kollision war damals. Ja, aber das Auto macht die Strecke kacke, nicht die Kollision. Ich glaube, du hast gerade versucht, deine eigene Idee war. Die Zuschauer kennen doch bestimmt die Folge noch. Das ist ja gar nicht so alt, glaube ich, oder? Ja doch, ich glaube schon. Ab sofort notierst du einfach die Folgen dahinter und das Gespräch nimmst du immer mit auf, was du dazuschreiben solltest. Auch wenn die Zuschauer das jetzt noch sagen, dann haben wir bestimmt nach der Aufnahme was anderes gesagt. Die Zuschauer sind locker auf meiner Seite. Ja, aber wir haben nach der Aufnahme was anderes gesagt. Das können die Zuschauer nicht wissen, ja? In der Aufnahme kamen vielleicht kurz die Idee, ja, Monster Trucks. Aber dann haben wir alle gesagt, nee, doch nicht. Ey, Leute, wir sind noch wegen der Monster Trucks. Das machen wir natürlich nicht, ne? Ich glaube, so war das. Ich bin noch voll der vertrauenswürdige Typ. Ja, genau, da hat man auch. Also einen Goldzahn würde ich abfahren. Wenn einer, dann der Pain. Ey, ich bin vorne, du Burbon. Ey, du bist ein Japan. Holy fuck, ey, boah. Ja, was machst du denn da? Ja, abfahren. Ja, sie ist lustig, aber ne? Also schon, ja. Super lustig. Also ich schreib mal dahinter, ne? Vertrau niemanden. Nimm alles aus, was die Leute sagen. Schreib voll geil hin. Und vor allen Dingen wegen Kontakts halt. Keine Monster Trucks. Ja, das mit dem Kontakts ist halt... Wie heißt noch mal dieser Film, der rückwärts abläuft, wo er sich immer alles... Benjamin Bach. Das siehste, genau wie da. Der wird einfach nur jünger, oder? Der läuft ja nämlich weiter. Vertrau niemandem. Gegenwann war er ein B. Und Keg, ich grüße das Morbeltier, oder so heißt der. Warum st... Ja, ich geb ab. Was denn jetzt? Äh, was soll ich denn jetzt dahinter stellen? Dass die Idee scheiße war. Schreib da... Schreib da einfach... Das war ein Film da. Hat er sich aufgebockt, oder was? Hallo. Ich bin Sechster geworden. Die Japan-Karresteckste-Fakery. Nein, was ist denn da los? Was macht der da? Ja, ich schau mal! Stille! Wo ist der da? Nein! Ohohohoho. Am Meter, ey. Was hast du geschafft? Ja. Nein. Ja. Nicht. Harte, harter Tobergame. Kontrollo vibri die ganze Zeit. Das war doch toll. Okay. Was anderes. Sicher, dass es der Controller ist? Nein. Da muss ich was kompensieren mit dem Auto. Kanada hat gewonnen. Sehr, sehr. Kanada hat gewonnen. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut ihr gerne bei den anderen vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht das gut und bis dahin erstmal. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.